in den Rahmen setzen. Danke. Vielen Dank. Dann hat jetzt Dr. Ansauer das Wort für drei Minuten. Ja, guten Tag. Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, um hier Stellung nehmen zu dürfen. Der Bundesverband Trans begrüßt grundsätzlich die Vorlage, sowohl die Initiative an sich als auch inhaltlich vollumfänglich. Wir haben auch an dem Nationalaktionsplan gegen Rassismus mitgewirkt, der ja 2017 verabschiedet wurde und der erste Aktionsplan auf nationaler Ebene war, der überhaupt LSBTI-Rechte berücksichtigt hat und können aufgrund dieser Erfahrung auch noch mal bestärken, dass es Sinn macht, auch separate Aktionspläne und nicht nur Integrierte ins Leben zu rufen, da unsere Belange in diesem Aktionsplan, also nicht nur unserer Meinung nach, sondern auch der Meinung der größeren LSBTI-Community nach, zu kurz kam und dieser Aktionsplan an Verbindlichkeit, an Zielen und an üblichen Dingen, die solche Aktionspläne enthalten, nämlich Indikatoren und Evaluierung und Erfolgsmessung mangeln lässt. Deswegen ist das eine sinnvolle Initiative. Wir blicken auch, bestimmt gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, auf die Menschenrechtslage. Die deutsche Bundesregierung hat natürlich alle UN-Menschenrechtsabkommen unterzeichnet. Sie ist sogar darüber hinausgegangen und hat neben der UN-Resolution für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität auch noch andere Abkommen unterzeichnet, zum Beispiel auf Nicht-UN-Ebene die Istanbul-Konvention, dann die Eiderhaut-Erklärung oder die Plus-2019-Oslo-Erklärung auf EU-Ebene, zusammen mit der Transgender-Resolution 2015 des Europarates, die allesamt für Trans-Personen, aber auch für die weitere Community wirklich wirksame und wichtige Handlungsempfehlungen geben, die aber bisher in der Realpolitik noch nicht wirklich Niederschlag gefunden haben. Deswegen könnte dieser Aktionsplan dazu dienen, diese internationalen Verpflichtungen auch weiter auszubuchstabieren und nicht nur in gesetzliche, sondern eben auch in untergesetzliche Regelungen zu überführen und Maßnahmen zu unterfüttern, mit Maßnahmen zu unterfüttern. Wie bereits erwähnt wurde, haben auch wir den Handlungsbedarf vor allen Dingen beim Transsexuellen-Gesetz auf rechtlicher Ebene festgelegt, dass im Zuge auch dieser unterzeichneten Verpflichtungen, die dazu auch aufrufen, zur vollen Selbstbestimmung der Transmenschen in ein einfaches Verfahren beim Standesamt per Selbsterklärung überführt werden sollte, ohne Gutachten oder Beratungspflichten. Wir begrüßen auch, dass die Yukiya-Kata-Prinzipien auf die Außen- und Innenpolitik angewendet werden sollen, denn auch das würde bedeuten, dass Transrechte gestärkt würden. Wir begrüßen ebenfalls die partizipative Ausgestaltung, insbesondere als eine Minderheit in der Minderheit sozusagen, die natürlich auch noch mal besondere Perspektiven einbringt. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zur dritten Option. Wir haben diesen Gesetzentwurf auch begrüßt und daran mitgearbeitet. Wir wollen allerdings zu seiner Verbesserung beitragen, weil es im Augenblick eine Rechtsunsicherheit gibt, dahingehend, ob Transmenschen, die sich nicht binär empfinden, diesen Weg auch gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank.